moin leute was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren schloss konflikt video ja um was soll es heute gehen um welchen helden und welche sache es geht einfach um schloss konflikt selber ja ganz simpel ab ein paar kritikpunkte erstens die pakete ich meine käme dieses spiel muss irgendwie vorankommen aber warum warum so viel geld für etwas in einem kleinen handy spiel habe ich immer noch nicht aber wenn ich jetzt 16 euro ausgeben würde ich finde es selber ich finde die preise einfach ein bisschen too much von itg klar kann noch höher gehen aber ich finde es nicht so geil so das andere sagen wir jetzt mal ich bekomme einen neuen helden es ist jetzt die bohr königin habe ich jetzt das glück dies doppel evo inzwischen sie noch zweimal bekommen habe ich kann jetzt hier lustig durchdrücken kann sagen hier entzünden wenn es gehen würde wenn die ep voll wären so jetzt keine ahnung jetzt muss ich in den chat gehen fragen als wäre noch ein bild für die bohr königin was spiele also dann baue ich mir ein bild das ist vielleicht gar nicht mal so geil und ich habe dann umsonst talent aufgewertet ohne genommen die nicht so gut passt ich werde euch jetzt im hintergrund mal etwas aus summoners war einblenden dort seht ihr ganz konkret wo kann ich den helden verwenden spiel modis areas ob pve oder pvp und wie muss das monster und sein im geschweige dem fall schloss konflikt erhält ich finde einfach dieses interface von summoners war sehr gut gemacht und ich wünsche mir für lgg für schloss konflikt dass so ein ähnliches system einfach gebracht und ja es wäre einfach schöner man man könnte da mehr mehr gucken ob passt das ist das gut so ort das spielen ja viele so kann man kann man so spielen okay gut okay das ist einsteiger freundlicher und sowas wie zum beispiel ich glaube dark side teaser ich habe in dem lavanica video gesagt mit klingentanz er hat mich eingeschrieben klingentanz was nimmt man gar nicht mehr auf lavanica und ich denke mir so warum warum weiß ich sowas nicht warum wird mir das nicht mitgeteilt das finde ich halt finde ich halt schwierig könnte man auf jeden fall besser machen sieht hat sich gerade das system hier zum ersten mal ich wusste dass die relikte für andere sagen gibt habe ich anscheinend verpasst und das letzte was ich mir als änderung wünschen würde wenn wir jetzt wieder zwei neue helden bekommen hat jetzt das glück dass ich ihn einfach gezogen habe so wie viele von euch wissen ich bin ich bin partner und kooperieren ganz eng mit igg jeden monat kommen momentan eins bis zwei neue helden raus ist ja auch nichts verkehrtes vom groben dinge so ihn habe ich und über ihn könnte ich jetzt ein video machen welchen gezogen habe und ihm ja keinen schimmer so die beiden habe ich mir gekauft 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 habe ich gar nicht habe ich auch nicht neulich gezogen habe ich nicht auch nicht habe ich nicht auch nicht auch nicht man könnte einfach einem partner ein bisschen helfen ein paar helden ranzukriegen die er nicht hat damit er noch mehr content machen kann und und was ich noch ganz das kann eigentlich im helden alter am besten zeigen so ich benutze jetzt ob die ganzen helden jetzt hier relativ weit vorne sind der rest ist macht push mehr ist das nicht so gut geht und auch ihn habe ich so und toben da habe ich glaube ich auch nicht gezogen so wir sehen jetzt hier einige verschiedenster art gut bei ihm weiß ich es jetzt nicht er soll auch ganz gut sein aber wie zb gucken wir jetzt einfach mal hier wer spielt noch großartig multanica rachin den troiden boogie man ja ein schnitter das todesritter aries so rock nur sie ich persönlich gar nicht mehr wenn ich mal spiele man sieht nur noch die neueren helden die ganzen drachen einfach statt jeden monat zwei neue helden auszubringen ganz simpel gesagt könnte man doch einen neuen helden bringen und einen anderen helden rewirken da muss man sich nicht jeden monat direkt gedanken über zwei neue helden mit neuem design machen league of legends verfolgt das ja auch ganz gut sie auch hin und wieder wirklich meinen champion er wie wirken als einen komplett neuen rauszubringen oder halt abwechslung reinbringen man könnte auch einen monat zwei champs rewirken und monat drauf zwei neu bringen und wir wirken manche einfach nur fähigkeiten überarbeiten vielleicht an talente die viel später kam ein bisschen anpassen und ich meine neuen skin oder so dafür rausbringen damit das ganze schmackhafter wird mehr ist es ja gar nicht wenn ihr das auch vielleicht so in der art seht lasst mir gern ein like ein abo da schreibt mir gerne in die kommentare was ihr gerne anders sehen möchtet in schloss konflikt dann bedanke ich mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal leute dann auf tschüss 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017